Seid gegrüßt ihr Abenteurer und willkommen zurück zu Let's Play Journey to the Savage Planet. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Wir haben jede Menge zu tun. Wir könnten einfach mal anfangen, dieses zweite Gebiet zu erkunden, nämlich die juckenden Felder. Wobei wir beim Landeplatz auch immer noch etwas nicht entdeckt haben. Vielleicht sollten wir uns erstmal darum kümmern. Ja, ich werde mir auf jeden Fall viel Mühe geben. Wie sieht das jetzt eigentlich mit diesem zusätzlichen Sprung aus? Ah ja, jetzt haben wir zwei Schübe. Auch nicht schlecht. Und wir könnten jetzt versuchen, zu diesem Turm zu kommen. So wie ich das gesehen habe, würde mir das aber nicht besonders viel nützen, denn aktuell kommen wir da gar nicht ran. Wo haben wir denn eigentlich einen Teleporter übersehen? Das frage ich mich gerade auch. Wo haben wir einen Teleporter übersehen? In diesem Gebiet? Ich verstehe es nicht genau. Sollen wir da nochmal hoch? Ich gehe nochmal hoch. Und das mit dem zusätzlichen Schub gefällt mir aber gut. Das ist echt cool. So, das waren ja diese Bombendinger. Genau. Und dann waren wir hier beim Endboss oder beim Bossgegner. Okay. Dann habe ich mich wohl wahrscheinlich irgendwie geirrt. Mal sehen, ob wir später noch an diesen Teleporter kommen. Dann fangen wir nochmal an, das zweite Gebiet zu erkunden. Ja, nicht verkehrt. Mal sehen, was wir da noch alles finden werden. Jede Menge nehme ich an. Ins Wasser will ich da erstmal nicht. Benutzen wir den Teleporter zu den juckenden Feldern. Das planetare Treibgut. Und los geht's. Da sind wir. Erkundet den Turm, setzte den Aufstieg fort. Hier sieht es natürlich etwas anders aus, als in dem Gebiet, das wir bisher kannten. Diese Pilze hier zum Beispiel sind neu. Stinkpilz. Yummy. Ein ekelhafter grauer Pilz in einem endlosen Zustand der Verwesung. Riecht nach verfaulten Krabben. Wenn wir jetzt mal hier in unseren Glossar gucken, dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit zum Wissenschafts-Kindred-Rang Stufe 3 Forscher. Und dafür müssen wir Experimente abschließen, 4 Stück. Und 50% des Kindex-Index oder Glossars auffüllen. Äh, Lebenproben. 2 Sammleproben von Capiena, Jellywoft und infizierten Mopsvogel. Ätzender Regen trifft 2 Kreaturen mit dem Säureausbruch eines einzigen sterbenden Prime Jellywofts. Und leichtes Ziel töte binnen 3 Sekunden 4 Kreaturen, die in Bindegalle feststecken. Okay. Töte 3 Bernstein gepanzerte Mopsvogel mit einer einzigen Bombengranate. Verwenden sie ganz gerne, um mindestens 50% des Ökosystems des Planeten zu dokumentieren. Ja komm, das sollten wir ja wohl hinkriegen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Die juckenden Felder. Was haben wir da noch so? Was ist das hier? Saure Pusteln. Verwandle sie mit etwas wissenschaftlich... Verwandle sie mit etwas wissenschaftlich in Schmelzgranaten. Achso. Äh. Deren Helme sehen aus wie Kackhaufen. Okay, das ist fies. No, 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 no. Ah, mein kleiner Mopsvogel. Ich wollte das doch gar nicht. Hier komm ich wieder hoch. Warum eigentlich? Weiß man selbst nicht. Das ist sehr gut. Ein wenig Silizium. Wo will ich denn hier jetzt überhaupt als nächstes mal hin? Ah, hier vorne. Okay, das heißt, wenn wir... Nahes Geheimnis. Das ist schon mal interessant. Aber wo könnte dieses Geheimnis sein? Du. Zors planetarisches Treibgut. Flieh! Ich wollte dich eigentlich treten. Was ist das denn hier? Ich bin nicht zufrieden. Ich empfange ein Verschluss. Ich empfange ein verschlüsseltes Videosignal von diesem Gebilde. Okay. Wir können uns also quasi nachher das Alien-YouTube angucken. Da bin ich ja mal gespannt. Das kann ja nur was Cooles sein. Wir müssen jetzt über diese verschiedenen Plattformen hier irgendwie weiterkommen. Ich könnte nach da drüben... Es ist aber auch... Es ist aber auch alles ein bisschen... Oh, das war ein Rückwärtsdash hier. Das ist aber auch alles ein wenig... Ja, das ist ja irgendwie, ne? Da kommen wir hoch. Das sieht irgendwie seltsam aus. Da gehe ich lieber nicht ran. Aber hier kriegen wir einen Schub. Wir sind drüben. Habuff! Und tschüss! Die meisten Sachen hier kenne ich, glaube ich. Was haben wir da? Ist das wieder ein Videokodec? Ich glaube nicht. Ich kriege nicht ernsthaft noch ein Jetpack. Wie geil ist das denn? Diese Alien-Petroglyphe scheint darauf hinzudeuten, dass ein Upgrade für einen vertikalen Sprung erforderlich ist, um weiterzukommen. Wie praktisch. Ja. Anders kommen wir da nämlich auch gar nicht hoch. Das ist wohl so. Was ist denn diesen Dingern drin? Bindegalle. Leben. Ah ja. Guck mal. Da haben sie sich wieder versteckt hier. Nom, nom, nom. Viel fehlt nicht mehr fürs nächste Upgrade. Hier ist es aber nicht versteckt. Nope. Der Mobsvogel. Wir können die übrigens füttern. Und wenn wir sie füttern, dann machen sie folgendes. Ups. Wir können also auch so an Kohlenstoff kommen. Und zwar an mehr, als wenn wir sie einfach nur töten würden. Von daher ist es schon sinnvoll, sie auch als Ressourcen zu verwenden. Geben wir erstmal hier. Ambush. Mir fehlt eigentlich nur noch so eine Torwand. Dann hätte ich da richtig Spaß dran. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Das ist ja auch interessant. Ui. Jetzt bin ich hier ziemlich weit oben. Da hinten ist noch so ein Schrein von den Aliens. Bereich entdeckt. Der eiternde Abgrund. Yummy. Oh. Das ist hier so eine Art Pilzwald. Das ist in der Tat ein Pilzwald. Bewegen wir uns erstmal hier oben lang. Guck mal, da ist auch so ein Schrein da unten wieder. Ich weiß zwar nicht, was das da hinten sein soll. Ist das ein Teleporter? Wenn ja, dann sehen die ja hier jetzt offensichtlich anders aus. Yep. Jupp. Da haben wir eine Silizium-Ader. Was ist das? Kennen wir den schon? Kaktus-Nuss. Das ist neu. Voltivore. Ein lebendiges Beutegewölbe. Untersuche die Umgebung nach Möglichkeit, um sie zu öffnen. Wer entdeckt mich? What? What is that? Schwimmfuß. Haben schon. Wow. Das Kunilingus-Monster. Aber sie sind alle tot. Okay, ich muss aber offensichtlich jetzt trotzdem herausfinden, wie ich das öffnen kann. Hier haben wir eine Ranke, die geht irgendwie... Das war, glaube ich, gut. Warum könnte ich hier oben hinwollen? Ah. Und jetzt fehlt nur noch das Ding dahinter. Ich gebe mir erst mal das Silizium. Wir haben ja zum Glück unsere Bomben hier. Perfekt. Und jetzt müssten wir da doch eigentlich eine Alien-Legierung finden, oder? Ich habe es bereits vermutet. Oh. Ach, die wieder. Alien-Legierung Nummer 4. Es läuft, würde ich sagen. Okay. Diese Steine taugen zu nichts. Die kann ich mir nicht genauer ansehen. Was ist denn hier hinten noch? Ach, du bist ja süß. Mops-Vogel-Alpha. Ich glaube, die lassen wir erst mal liegen. Oder leben. Viel mehr. Offensichtlich kann ich hier oben anständig langen. Aber dann können wir uns diese Gebiete hier hinten jetzt nicht ansehen. Wobei, das können wir auch immer noch später machen. Ich muss sagen, ich finde das World-Building hier ganz cool. Aber man hat irgendwie das Gefühl, man kann später überall hin. Und das, was ich hier jetzt gerade mache, ist verdammt gefährlich. Und verdammt fies, was die hier treiben. Ach, der hat gar... Ach, guckt mal. Der hat auch gar nicht so ein Dings hier. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der aber. So, da drüben können wir auch langen. Und wir könnten auch da hin. Und es hat gereicht. Perfekt. Ausdauer und Gesundheit hinzu. Da vorne ist auch noch einer. Wahnsinnig. Es ist wahnsinnig, wie weit oben die sind. Ich da nachher auch noch überall hinkomme. Hier ist auch noch so ein... Sind das Teleporter, die wir noch nicht aktiviert haben? Es könnte sein. So. Wir können ja eigentlich den da hinten benutzen, oder? Wir müssen ja jetzt nicht... Sehr gut. So, da müssen wir aber schnell sein. Was haben wir da? War natürlich besonders klug, das jetzt abzuschießen. Was ist das? Was war das? Geileartiger Blob. Ah, okay. Das soll uns ein bisschen unterstützen hier. Aber ich kriege es auch mit der Sprungdüse hin. Wir haben... Aluminium. Und... Noch mehr Oranger Blob. Bötterspeise in mein Gesicht. Ich finde es auch geil, dass er das einfach nur in sein Gesicht klatscht. Wir könnten jetzt hier ganz hoch kommen. Vielleicht sollten wir uns aber vorher doch wirklich den Boden angucken. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass das, was wir jetzt gerade machen, eher ins nächste Gebiet führt. Und wir gehen jetzt eher hier lang. Und gucken hier weiter. So. Oh! Skipper, königlich. Alle mal hergehört. Ankündigung. Angekündigt wird die Ankunft seiner königlichen Hoheit. Benedikt Poop-Button der Achte. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh Mann. Benedikt Poop-Button. Alles klar. Dann hauen wir ihn mal in seine... In sein... In sein Butthole. Na, ist Geheimnis. Wo? Where is it? Wo? Das weiß er wohl selbst nicht. Da unten... Ist auf jeden Fall was. What is that? In the name of... Okay. Ähm... Da... What the dick? Was für ein mieses Dreckskind. Okay, werfen wir das Teil erst dahin. Kannst mal aufhören. Dann dahin. Dann dahin. So, jetzt muss ich irgendwie da hoch... Da, da, da durchkommen. Komm schon. Autsch. Aber es hat gereicht. Und wir sind drüben. Mehr Greifersamen. Was ist das? Ach, wieder hier so ein Video-Codec. Scannen. Ich empfange noch ein verschlüsseltes Signal. Oh mein Gott. Das ist so unglaublich. Das natürlich auch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich dieser ganze Scheiß überhaupt lohnt. Und wir nicht am Ende irgendwie ein geimes Porno-Video von Angela Merkel oder sowas zusammensetzen. Darauf kann ich jetzt wirklich verzichten. Das muss ich nicht haben. Okay, jetzt wird's langsam wirklich... Jetzt wird's langsam hässlich. Wir sollten uns wirklich mal anschauen, ob wir nicht irgendwo Leben zurückbekommen. Krankbaum von Klee. What auch immer. Ich will erst mal hier hin. Da sind ja schon wieder diese Kackhaufen. Diese Kackhaufen-Dinger. Diese Kackhaufen-Rüstung. Ich muss sagen, eine innovative... Innovative Rüstungsentwicklung. Ich meine, diese Kackhaufen-Rüstung habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich meine, es war in der neuen The Witcher-Serie. Ich glaube, ja. Ähm... Wollt ihr alle mal hierher kommen? So, und jetzt töten wir das Ding. Warte mal. Wie kann es sein, dass wir die damit nicht getötet haben? Out. Das hat ja nichts... Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Die sind unversichtbar. Muss hier weg. Diese gemeingefälligen Bestien. Oh shit. Es scheint so, als wäre die hiesige Fauna sehr wütend auf mich. Und da hier eine weitere Alien-Legierung ist, müssen wir auf jeden Fall was tun. So, den haben wir. Und den auch. Oh, das Ding ist schon offen. Die Alien-Legierung gehört uns. Damit hätten wir noch eine, die wir dann schön einsetzen können. Zum Craften und Co. Hätte ich hier vorne sonst noch was anderes machen können, frage ich mich gerade. Mal eben gucken. Da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Silizium-Ader. Das ist jetzt ja auch nicht das Schlechteste. So, von hier wäre ich gekommen. Da ist noch Silizium. Hier oben ist vielleicht auch noch was. Das ist vielleicht auch interessant. Vielleicht, vielleicht. Nein! So ein Mist. Oder bin ich von da gekommen? Ne, ich bin von hier gekommen, oder? Oh man, ich hasse es. Das gibt's doch nicht. Warum tue ich mich denn da so schwer? Einmal hoch. Gehen wir halt auch nochmal sicher. Komme ich hierher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von hier her kam. Ja, das müsste es gewesen sein. Da drüben war ich aber glaube ich nicht. Da komme ich aber auch nicht hin. Ich wüsste zumindest nicht wie. Okay. So, was haben wir hier Schönes? Oh nein! Das sind die Mutierten, oder? Wüteninfiziert, lieb dich immer noch. Sein einziger Schwachpunkt scheint der kleine Bommel auf dem Kopf zu sein. Mit denen sollten wir doch irgendwas machen. Töte drei Berndlein, Maus und 1er Bomben, Granate. Leichtes Ziel. Töte binnen drei Sekunden. Trif zwei Gräte und mit den Säuren aus. Ah ne, doch nicht. Das ist was anderes. Oh Gott, die sehen echt nicht, die sehen echt nicht gut aus. Ich treff ihn nicht. Wie groß ist diese Höhle denn schon wieder? Was ist... What? What? Oh, oh. Was haben wir hier? Mobsvogelsbegräbnisstätte. Oh, sehr schön. Ein gruseliger Alien-Grabstand. Das ist natürlich kein schlechtes Omo oder so. Interessant, dass sie die Mobsvögel beerdigt haben. Das muss ich jetzt nicht wirklich verstehen, oder? Auf jeden Fall kommen da immer noch diese komischen grünen Schoten raus. Geh weg mit deinen Schoten. Okay, die brauchen wir jetzt aber auf jeden Fall. Danke. Diese Kristalle sehen wertvoll aus. What a... Wie denn die mit ihren komischen Zungen. Oh. Man kann auf jeden Fall sagen, hier... ... oben ist ordentlich was los. Ach, und ich würde hier sogar irgendwo hinkommen. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Ich Idiot! Kamen wir hier nicht her? Nee, ich glaub nicht. Hallo? Ich komm in Frieden? Oh. Bereich entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich aus dieser Richtung gekommen wäre, oder doch nicht. Ich kann es nicht sagen. Ups. Ich bin nicht verbrauchen. Ich bin nicht verbrauchen. Oh, mein Gott. Was haben wir denn hier? Aha, ein Blob? Urzeitliches Blob-Monster, bekannt dafür glänzende Dinge zu fressen, die hier rumliegen. Aber es ist unzerstörbar, vielleicht wenn ich den auflade. Wie kann ich diesen Blobbigen Teil zerstören? Kann ich eine Lebenprobe entnehmen? Es gibt keine. Jetzt habe ich eine Taschenlampe, aber was will ich mit der? Ich muss das Ding irgendwie zerstören können. Aber ich habe leider keine Explosionsteile mehr. So, dann müssen wir als nächstes... Ich glaube, es würde reichen, wenn wir das Ding hier hinschleudern. Wobei das ziemlich weit weg ist. Was haben wir da drin? Greifersamen, hoffentlich. Jawohl! Oh, wir sind hier am Turm. Guckt euch das an, Leute. Dann machen wir da noch eine hin. Bereich entdeckt. Die Pilze von Sinet V. Wir sind so nett... Sinet V. Moin, Leute. Gebt mir mal die Ader da. Das ist ein Teleporter, richtig? Wie? Wow, wir haben einfach einen über... Komplett übersprungen. Aber den sehen wir, glaube ich... Das war der, der unten ist. Dann müssen wir den aktivieren. Wir sind eigentlich schon viel zu weit. Ich trottel. Ich bin schon viel zu weit vorne. Ich muss mich einfach schlechter machen, als ich bin. Das geht ja gar nicht. So. Auch Bombengranaten. So. Und jetzt müssen wir wieder hoch. Vielleicht können wir damit diesen Blob zerstören. Mal gucken. Nein. Aber sieht der denn immer... Sieht der immer noch so aus wie vorher? Sieht der immer noch so heile aus? Oder ist der schon kaputter geworden? Kann es sein, dass ich den mit Säure wegschmelzen muss? Vielleicht brauche ich auch Säure dafür. Allerdings haben wir das Säure-Upgrade ja gerade noch gar nicht. Weswegen uns das auch nicht... Nicht besonders viel bringt. Gut. Dann gucken wir uns doch erstmal den Rest von diesem Dungeon an. Hier zum Beispiel ist ja auch noch irgendetwas. Wie unfassbar groß ist denn dieses Spiel? Woher soll ich wissen, wo ich hin muss? Ich bin völlig überfordert. Was ist das? Helle Blüte. Das kennen wir schon. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Was ist das? Deine Majestät, der Goldfisch. Ach, jetzt sind wir wieder auf einer der Inseln. Auf einer der schwebenden. Und da hinten ist so ein komischer Betrachter. Da oben ist auf jeden Fall... Auch noch eine Möglichkeit, an so ein Jelly-Ding da zu kommen. Es ist auf jeden Fall... Es ist schon heftig. Was ist das? Bollwerkgebüsch. Hart von außen, lohnend von innen. Das war knapp. Ich muss in diesem Gebüsch bleiben. Gucken wir uns noch mal näher an, was wir hier haben. Oh. Oh. Wir müssen das Ding da oben ja irgendwie überraschen. Oh, guck mal. Da ist noch mehr. Ich muss da noch mal irgendwie hochkommen. Aber wie? Warte mal, was ist das? Ist das das Blob-Ding? Ja. Keine Artikel-Blob. Wo kommen wir denn am schnellsten hoch? Wobei, wir können auch das nutzen. Oh. Ich hab mir selbst die Deckung weggeschossen. Äh. синen. Wie wird also...